Ja, jetzt stehen wir auf dem Campus vom neuen Badillon, das sozusagen das Herzstück darstellt. Hinter uns sieht man den neuen Kinderspielplatz. Die Hauptarbeiten finden momentan auch an den Außenanlagen statt, also die ganze Geländemodellierung, die Bepflanzung, also man sieht es eh, teilweise sind die Bäume schon gepflanzt, die Pflasterarbeiten mit den Blindleitsystemen. Jetzt sieht man den Eingang von der Schwimmhalle mit der weißen Fassade, dem Campusbereich mit der Passage zu den Parkplätzen und den Abgang zu den Freisportumkleiden. Ja, wir stehen jetzt vor dem Kinderplanschbecken. Hinter uns ist die Rutsche zu sehen, die vor drei Wochen montiert wurde. Wenn man sieht, ein Blick über das Bad, das ist sehr hell. Größtenteils sind die Arbeiten schon beendet. Man ist jetzt so in die Restarbeiten, das wird noch gemalert, gespachtelt, die ganzen Lampen werden noch installiert. Also Woche für Woche nähern wir uns der Fertigstellung.